2,5 Millionen Euro und knapp vier Jahre Arbeit hat die Parchimer Wohnungsbaugesellschaft Wobau in die Umgestaltung von insgesamt neun Häusern im Bereich der Lübser Chaussee investiert. Ein guter Grund zum Feiern. Nicht nur für die Wobau selbst, sondern auch für rund 350 Mieter. Insgesamt 164 Wohnungen, fast alle längst vermietet, befinden sich nun im nagelneuen Wohnumfeld. Fassadensanierung, neue Balkone, Fahrradschuppen, Kinderspielplatz. Die Gegend hat sich im Laufe der Umgestaltungsarbeiten deutlich verändert. Kein Wunder, allein die Baukosten betrugen 1,8 Millionen Euro. 600.000 wurden in die Außenanlagen investiert. Mit dem Großprojekt setzt die Wobau ein weiteres Zeichen in Parchim. Umso mehr können sich jetzt die Einwohner freuen. Die Mieten haben sich nur um die Monatspauschale für den neu errichteten Balkon erhöht. Die restlichen Baukosten müssen die Mieter nicht tragen. Das Wohngebiet war nicht mehr schön. Die Wohnungen hatten alle keine Balkone. Das ist halt auch nicht mehr zeitgemäß. Die Mieter wollten hier nicht mehr herziehen, wenn eine Wohnung leer geworden ist. Wir wollten einfach ein besseres Wohnen hier für die Leute bieten. Das ist hier so ein Zusammenhalt, so ein früher mal ehemals landwirtschaftlich geprägter Bereich. Alle haben hier Gärten und Garagen. Hier wohnen Oma und Kinder und Enkelkinder zusammen. Wir wollten, dass sie lange bleiben, dass wir für uns immer belegte Wohnungen haben. Die Stadt Parchim ist sehr zufrieden mit ihrer Wohnungsbaugesellschaft. Wir hatten schwere Zeiten, gerade in den 90er Jahren. Sehr niedrige Mieten, sehr hohe Altschulden. Das haben wir in den letzten Jahren gemeinsam gut abgebaut. Die Wobau ist ein sehr gesundes Unternehmen und wir sind sehr zufrieden, dass sie sehr viele Mieter hat, wenig Leerstand hat und dass es ihr gelungen ist, hier das Areal so wunderbar und herrlich herzustellen. Ich hoffe, alle Mieter freuen sich auch und das wollen wir heute auch hier feiern. Ab 2015 plant die Wobau die Errichtung von zwei Neubauten, jeweils im Pestalozzi-Ring und am Existierplatz. Dieses Bauvorhaben wird von TV Schwerin selbstverständlich auch begleitet.